reihe auf meinem kanal für das für den launcher und für das train board sowie das bus board und das flight board von fairsystem in diesem tutorial zeige ich euch wie man den launcher runter lädt und installiert und der launcher ist ein zubringer tool was die ganzen boards zusammen bringt für den wie das bus board für den bus simulator für den fernbus simulator das flight board für den microsoft flight simulator 2020 und das train board für den für den zug für die zugsimulation für die zu sie drei für tränen world und für tränen für den tränen simulator classic ja wie ich das runterlade zeige ich dann im nächsten schritt und installiert man geht hier auf launcher dann braucht man ein aktives kundenkonto und man geht dann hier auf download wenn man es dann gedownloadet hat dann hat man hier so eine datei die kann man dann speichern wo man möchte man muss hier aber auch entpacken mit winra oder 7zip und ja wenn man das dann getan hat dann hat man hier eine da eine verknüpfung auf dem desktop der heißt dann fers ist im launcher und die kann man dann öffnen und wenn man die dann geöffnet hat dann kann man eben sich dann hier anmelden mit ihren anmelde daten geht auf login dann bekommt man meistens noch eine service match message von fair system oder ein update meldung dann kann man meistens dann ja sagen und kann dann das update installieren die neueste version ist 1.09 und wie ich dann die boards hier sehen da sieht man dann die ganzen boards die verfügbar sind bus board flight board und train board aber wie ich da wie man das installiert das zeige ich dann in einem separaten video ich wünsche euch noch einen schönen heilig abend ein schönes weihnachtsfest und bis dann euer marcel lp tschüss ihr habt schon mal irgendwo im netten ja 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 ich sage auch mal Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.